so lauf geschwind und das schloss so dann können wir morgen nämlich gleich das kapitel bauen so wie ich mir das gewünscht habe, sehr gut, ich hätte nicht gedacht das wissen bekommen aber wir waren ja mit geldreich gesegnet am anfang oder beziehungsweise auf der karte dafür haben wir jetzt genau null, das ist ja auch cool ach so, aber halt, wir können jetzt wieder hier hin und dahin, ja, jeder Cent wird hier genutzt ach shit, halt da, gehst du morgen erstmal hin genau, wir wollen Bogenschützen und noch mehr Geld Geld, 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 Geld komm in meine Taschen so ähm, ja, du nimmst das und gehst jetzt erstmal hier rein und holst dir die Einheiten und jetzt bauen wir schnell hier noch das Schloss aus damit wir hier jetzt auch langsam in der nächsten Bevölkerung ein bisschen mehr kriegen äh, baue ich jetzt schon ja komm, baue hier mal die Schützen vom Rohstoffverbrauch her sieht es ja eigentlich ganz gut aus bei uns nur Geld macht Probleme okay so, Schloss gut, dann hat sich die Sache nämlich jetzt gleich und wir müssen später nicht noch damit kämpfen das irgendwie zu kriegen und dann können wir hier gleich die Kaserne bauen und eventuell können wir hier jetzt genau, wir machen jetzt hier erstmal so weit weiter bis wir das Stadtrauthaus haben zack, noch mehr Geld für uns und hier holen wir uns jetzt erstmal die Schützen und laufen jetzt dann endlich mal hier rüber oder erstmal hier hin denn hier gibt es nämlich ach, ich dachte hier gibt es nur Geld aber hier gibt es wahrscheinlich so wie es aussieht auch andere Dinge die ich nicht brauche shit so, Geld 1 und Geld 2 hier drüben sind Greife ich glaube, da brauche ich gar nicht hingehen so, was haben wir hier? ein bisschen Glück, ne? genau so, diese Zauberquelle dieses scheiß Begasy die sind so für den Arsch nein, dann nehme ich lieber die die Baumguards äh, Baumguards Baumbarz so heißt das Baumguard ist ein Name so, und hier bauen wir die Greife immer schön der Reihe nach so, unser Gegner macht gar nichts das ist das ist gruselig irgendwas ist doch hier im Busch am Ende werden wir bestimmt komplett überrannt oder stehen so eine Ultra-Garnition im Weg gegen die man gar nichts ausrichten kann ach, halt Moment bevor ich es vergesse Stadtrathaus so sehr schön okay, hier ist auch ein Durchgang hier ist auch was und ich glaube die hier können wir jetzt angreifen oh super perfekt die wollen sogar mitgehen na toll und die Mine kriegen wir natürlich nicht so ähm komm, du läufst jetzt hier hin und kannst dann gleich die Bevölkerung am nächsten Tag mitnehmen und Bevölkerung das heißt wir könnten doch erstmal noch was bauen und zwar das hier na man das hier es gibt uns nämlich ein paar mehr Dendroiden und ich würde sagen hier bauen wir nämlich das was uns mehr Greife gibt und da ist der Gegner ja, wir nehmen die Zentaurum mit und nehmen auch das Geschenk hier mit genau und nehmen die ganze Scheiße hier mit und sehen das wird gleich kein Geld mehr haben sehr schön so ganz wichtig die Schützen aufstocken damit die zweimal schießen können und dann als nächstes die greifen damit die immer zurückschießen können und ich weiß jetzt nicht ob ich die Königsreiche ach komm, wir versuchen es scheiße ja, aber komm das sollte ja machbar sein na toll der kommt was der kommt bis rüber okay warte mal das das machen wir erstmal mit unseren Schützen bisschen klein und jetzt kann der sich um den Rest kümmern easy gut, das war leichter als gedacht als die kämpfen wollte, dann hatte ich erst ein klein bisschen Angst gehabt dass es jetzt richtig in die Hose geht so und jetzt können wir den erstmal hier ausspionieren das finde ich sehr schön so von euch von euch von euch perfekt das hat sogar geklappt so jetzt rüsten wir gleich die hier noch mit au okay wir rüsten die nicht auf wir warten bis morgen es ist jetzt ist hier nicht genug Platz in der Garnition halt jetzt könnten wir sie da bestimmt aufrüsten immer noch nicht wie teuer sind denn die so jetzt aber genau boah das hätte ich nicht gedacht ach die müssen ja auch noch aufgerüstet werden das geht okay und dann würde ich sagen greifen wir gleich mal die Elfen an schade ich habe gedacht die gehen mit du nimmst das Schild um den Turm beziehungsweise die Verteidigung ach shit das habe ich ganz vergessen bleib im Helm bleib im ja gut so was hast du denn okay das ist lächerlich ich hoffe dass es bei lächerlich bleibt bei dieser Einstufung weil wenn nicht hat man ein Problem so ich glaube ich brauche mehr Helden das wird mir jetzt schon wieder zu wenig so wir kümmern uns jetzt gleich noch um die Greife in der Hoffnung dass die auch so weit vor können verdammt naja das war klar ähm du wartest mal und lässt den hier ran shit okay du wartest mal du wartest auch achso gut dann geh mal da hoch oh komm du kommst dran oh nein das gibt es doch nicht haben wir Eile natürlich nicht aber das müsste fast reichen okay er greift den Piggy näher an der Idiot okay sehr schön hat er jetzt wieder gewartet was ist denn das für ein Feigling die hat wieder hä was war denn das für ein KI Fehler okay mir soll es recht sein yes Luftmagie endlich das hat beim letzten Mal glaube ich ein bisschen länger gedauert bis wir diese diese scheiß Magie endlich bekommen haben so und die Schatzkisten hier oben lächeln mich so lieb an die muss ich jetzt einfach wegnehmen so weg ah schade ich hab gedacht die wollen mitgehen wie ich es eigentlich immer hoffe ah hier das gleiche jetzt bekomme ich hier Artefakte ich will Geld haben so und jetzt baue ich mir hier auch mal was ach wir brauchen unbedingt die Zauberquelle für die scheiß Einhörner so ne Kacke und hier brauchen wir die Stelle Mist das hätte ich schon längst machen können so zack und zack perfekt jetzt werde ich nicht das Gold holen das ist mir so weit weg und ich hab Angst dass dann unser Gegner das da einfacher rankommt so jetzt schnell noch die Einhörner und unsere Kavallerie bauen nein uns fehlt es an Holz ich hab's grad gesehen wir könnten das Portal des Ruhens bauen äh aber lieber nicht nein lieber morgen morgen ist ja auch nach dem Tag so da kommen wir eh nicht hin also können wir gleich da rangehen und ups und du wartest jetzt auch hier mal ähm wir bauen nichts wir warten genau ich bin bekloppt ich hätte doch oh Gott bin ich das hier hätten wir doch bauen können okay dann baue ich es aber auch jetzt nicht weil das wäre ja Quatsch jetzt sinnlos Geld auszugeben für fünf Tage warten Quatsch nicht arbeitsbaren denken für sieben Tage warten so was 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 den können wir aufrüsten und das war es leider schon ähm dann gehen wir nochmal hier hin und dann gehen wir nochmal da hin und dann holen wir hier uns erstmal unser ganzes Zeug dich 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 auf euch pfeife ich dich und dich ich glaube jetzt dürfte hier kein Platz mehr sein nicht doch es hat genau gepasst okay und dann würde ich sagen rüsten wir noch die Bäume auf die wir jetzt aber sie okay wie teuer waren denn diese zentauren schade nicht mal die wollen mitgehen so äh nö ganz ehrlich den kaufe ich nicht war ich da jetzt gerade schon nein ich bin natürlich eiskalt vorbeigelaufen wollt ihr mit ja ihr wollt mit so und jetzt wollen bestimmt auch diese dämlichen Greife hier mit ja natürlich das war so klar aber euch nehme ich auch gerne mit da pfeife ich lieber auf die pekiniere so von jedem ein bisschen was und zurück und irgendwie komme ich mir jetzt schon so stark vor was braucht der magier stufe 2 okay irgendwie komme ich mir jetzt schon so gut ja ja scheiß drauf komm wir bauen es einfach dann sind wir jetzt zwar arm aber scheiß drauf wie schon gesagt die zwerge nehmen wir mit sehr schön und sonst hätten wir jetzt hier oben alles ne genau okay zurück und zurück so und jetzt können wir uns eigentlich einen kopf machen was anders fehlt ach an kristallen haben wir die kristallmine halt warte mal dich hier können wir noch wegnehmen ach ich verdrück mich immer ach ja die kristallmine habe ich ja gerade eingenommen und der braucht auch kristalle das ist natürlich ärgerlich okay dann bleib du erstmal hier drin und du nimmst das hier ja komm weg mit euch so jetzt müssten wir eigentlich alles haben bis auf diese goldmine und das ist naja ärgerlich aber naja so schlafen da kommt er wieder ich glaube er ist jetzt wesentlich stärker ja er bricht durch und das heißt dass das sein Todesurteil ist denn wir haben hier noch 39 königskreifen so jetzt erstmal nur das wichtige kaufen und zwar ihr seid eigentlich gar nicht so wichtig dass das das euch drei ach komm nehmen wir euch doch mit und yes die können wir sogar noch aufrüsten das freut mir zack 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 attacke halt vielleicht sollte ich erstmal schauen was der hat ach ja komm den mach mir weg ich habe das übliche Gefühl dass er uns irgendwie sehr stark Schaden zufügen wird und dann fliehen wird wir warten aber erstmal okay er kommt er kommt langsam au wie viel waren das jetzt gut das ist lächerlich so wie viel waren das jetzt 28 scharfschützen alter damit habe ich nicht gerechnet vielleicht sollte man sich um die mal kümmern äh oh wie stark ist der denn äh okay das war ein bisschen leichtsinnig wie ich da rangegangen bin oh Gott sei dank so Eisstrahl 70 und das 40 dann machen wir mal das auf euch Mist na gut egal jetzt ist uns auch noch ein Engel kaputt gegangen ach so ne scheiße so das macht Schaden hm komm wir gehen mal auf die hier hier ja Kubernetes sich in icherung Untertitelung des ZDF, 2020